Okay, wir sind bei der Altar der Erde und gehen einfach mal rein. Also, um euch klarzumachen, es gibt hier drei unterschiedliche Möglichkeiten, wo ihr landet. Ich hab die schon alle ausprobiert. In der Wüste, da hab ich keinen Plan, wo ich hingehen soll, in dem Wald ist für mich viel klarer. Und hier, in dem Wald war ich schon, in der Wüste war ich schon, das ist hier neu. Das kenn ich noch nicht. Hippocampus. Hippocampus. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's auch verstanden. Und Blitzra. Ich hoffe, es gibt einen Ausgang hier. Wenn nicht, dann hab ich die Arschkarte, dann weiß ich auch nicht, wie ich wieder rauskommen soll. Hallo, hört ihr mir auf? Gut. Blitzra. Weißzahn. Weißschleier. Das hab ich auch beim Wald gefunden. Ich glaube, das ist auch alles, was man finden kann. Weißschleier? Was ist ein Weißschleier? Egal, ich akzeptiere das einfach mal. Okay, da geht's weiter. Giftspinne. Kenne ich eigentlich schon, aber ihr noch nicht. Ja, schön, dass du mit deinem Hammer klopfen kannst. Danke, Lucie. Und tot. Okay, dann gehen wir mal den unteren Weg. Okay, hier geht's weiter. Da ist nichts. Okay. Schwarz-Goblin. Okay. Die sind alle braun, aber egal. Die sagen mal einfach schwarz dazu. Ich hoffe, ich komm nicht zu der Wüste. Ich hab keinen Plan, wo... Ich hab keinen Plan von der Wüste. In der kompletten Stand, ich soll eigentlich zu der Stadt Crescent hingehen. Also, ich sollte der Stadt Crescent gehen und... Ich wollte das nicht. Ich wollte einfach mal das mal ausprobieren, was passiert. Und sehen wir mal. Vielleicht hab ich ja gute Chancen. Okay, dann gehen wir hier runter. Ich muss jetzt ausgerechnet die verfickte Wüste kommen. Ich hasse das. Okay, Wüstenskorpion kenne ich auch schon, aber ihr noch nicht. Wieso ausgerechnet die Wüste? Warte, die so... Oh, ich hasse Wüsten, die so aussehen. Beeil dich. Hammer, gut so. Und Blitzrat. Okay. Weißzahn. Ich will den Aus... Ich will den Ausgang finden. Okay, hier ist der Ausgang. Will ich hier hin? Ich will alle Schätze eigentlich finden. Okay. Protestring. Okay, machen wir später das. Ich werde... Also, was ich sagen wollte, ich werde, wenn ich... Ich werde sowieso gleich nachgucken, ob ich alle Schätze gefunden habe. Ich habe ein gutes Gedächtnis, weil ich noch alle Schätze, die ich gefunden habe. Und wenn ich denn nicht alle gefunden habe, gehe ich extra wieder rein, um das zu finden. Okay, das haben wir. Knochenritter haben wir noch nicht gesehen. Also, ich habe es noch nicht gesehen. Ihr habt es auch nicht gesehen. Oder die Leute, die das schon gespielt haben, doch schon. Wie viele Kämpfe werden... Ich muss mich da kurz heilen. Nicht mit Potions. Bei ihm hier. Und nochmal. Und nochmal. Okay. Schatzbrühe drin. Schwarzkappe. Was ich das wirklich geluntert habe, weiß ich nicht. Okay. Von mir weg bewegt. Tierweise ist gerade im Moment richtig beschissen. Dieses Video besteht nur aus Kämpfen. Ein ganzes Video... Ein dieses Video voll mit Kampfmaterial. Das haben wir auch erledigt. Das auch. Beweg dich nicht weg. Jetzt kommt die Treppe. Ach, Mann. Level 33, sage ich nur, Leute. Level 33. Es ist nichts geplant. Es ist einfach passiert. Ein Grabstein? Was steht da auf dem Grabstein? Ey, das Video ist fast 13 Minuten lang. Ach, will es mich verarschen? Keine Zufallskämpfe bisher. Ich habe irgendwie Angst, gegen diese Teile zu kämpfen. Das sagt mir nichts Gutes. Hm. Okay, soll ich mal Glück versuchen? Okay, dann werde ich mal erstmal heilen. Vigra auf ihn hier. Und los geht's. Wer hätte gedacht, dass ihr es tatsächlich so weit schaffen würdet? Doch durch... Doch durch mich werdet ihr zugrunde gehen. Zerberus. Ähm. Angriff und du machst... Mal Eis auf ihn. 51 Schaden macht er. Scheiße, Mann. Was soll ich jetzt machen? Ich darf jetzt nicht verlieren. Heilra. Warte, überlebe ich das eigentlich? Keine Ahnung. Sehen wir mal. Tod. Eine Reise geht zu Ende. Ich werde mich doch verarschen. Warte mal. Die ganzen Items, die ich gefunden habe. Okay, da sind alle da. Benutzen, um Feuere auszuführen. Benutzen... Benutzen, den Fake Ice Ice. Ähm, X-Eis. Oh, verdammt, Mann. Einfach nur Kacke. Ich speichere das mal. Oh. Okay, ich merke mir, ich muss leveln. Ich bin nicht overleveled. Nein, es ist gar nicht möglich. Ihr habt es bei diesem Gegner gesehen, wie er mich vernascht hat. Mh, mh. Das ist nicht gut. Okay, jetzt geht das Video sowieso weiter. Okay, jetzt sind fast alle auf level 33. 12 Gil. Wie der Zerberus mich vernascht hat. Du Hont, du wirst das später noch sehen. Ach, okay. Jetzt müssen wir hier hin. Ähm, kurz zu Melmond. Und mich heilen. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Tschüss. Und dann geht's. Der Tod.